Das Berichtsheft erhältst du kostenlos von deinem Ausbildungsbetrieb oder als Download auf www.stuttgart.ihk.de unter der Dokumentennummer 4356. Dort findest du auch weitere Hinweise und Empfehlungen für das Führen von Ausbildungsnachweisen. Zum Berichtsheft gehört einmal das Deckblatt, eine Übersicht über den Ausbildungsverlauf und wahlweise der tägliche Ausbildungsnachweis oder der wöchentliche Ausbildungsnachweis. Die Form des Berichtsheftes ist grundsätzlich nicht vorgeschrieben. Für das Anfertigen der einzelnen Berichte gelten jedoch Mindestanforderungen, die du unbedingt beachten musst. Du kannst die Ausbildungsnachweise entweder täglich oder wöchentlich führen. In der Regel wählen Auszubildende aus technischen Berufen die tägliche Variante, kaufmännische Azubis erstellen meistens einen wöchentlichen Bericht. Jedes Blatt muss mit deinem Namen, dem Ausbildungsjahr und dem Berichtszeitraum versehen sein. Die Ausbildungsnachweise müssen die konkreten Inhalte deiner Ausbildung wiedergeben. Das heißt, du musst vor allem deine betrieblichen Tätigkeiten dokumentieren. Hier solltest du möglichst genau beschreiben, was du im jeweiligen Berichtszeitraum im Betrieb gemacht hast. Wenn du beispielsweise im Lager warst, solltest du nicht einfach nur Lager oder Wareneingang schreiben, sondern die Aufgabe etwas näher beschreiben. Zum Beispiel so. Eingegangene Warensendungen ausgepackt, Artikel anhand des beigefügten Lieferscheins kontrolliert und abgehakt, Lieferscheine mit den Einkaufsaufträgen verglichen und gelieferte Menge vermerkt. Angelieferte Ware umverpackt, für den Einlagerungsvorgang gekennzeichnet, bereitgestellt und EDV-mäßig erfasst. Unterweisungen, Lehrgespräche, betrieblicher Unterricht, Seminare und ähnliches gehören ebenso ins Berichtsheft wie die Themen des Berufsschulunterrichts. Die einzelnen Ausbildungsnachweise sind regelmäßig, am besten wöchentlich oder mindestens monatlich, von deinem Ausbilder zu kontrollieren und per Unterschrift zu bestätigen. Kläre am besten gleich mit deinem Ausbilder, wann du es ihm vorlegen sollst und halte dich dann auch an diesen Termin. Du musst das Berichtsheft natürlich auch unterschreiben, genauso wie deine Eltern, wenn du noch unter 18 Jahre alt bist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, verwendest du am besten die Vorlagen der IHK. Du kannst aber auch gerne andere Vorlagen verwenden, wenn sie den genannten Mindestanforderungen entsprechen.